Hallo ihr Lieben, ich drehe heute wieder in der Physiotherapie und habe für euch heute das Wackelbrett. So sieht das aus. Was man damit macht, zeige ich euch jetzt. Wird wieder eine Gleichgewichtsübung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war jetzt das Wackelbrett. Und dann überlege ich mir mal, was ich euch als nächstes für Therapietipps gebe. Bis bald. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch probiert habt, ob es euch geholfen hat etc. Das würde mich sehr interessieren. Bis bald. So, das wird jetzt noch eine Balanceübung im Sitzen bzw. eher im Knien. Und ich hoffe es klappt. So versetzt. So versetzt. Und dann die Beine ganz leicht. und machen muss. Und dann die Beine ganz leicht. Und dann die Beine ganz leicht. Jetzt geht bisschen lang. Das war auch schon. Bis zum nächsten Mal.